Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir unter End über äußerst bemerkenswerte Aussagen des ehemaligen linken Politikers Oskar Lafontaine, die er in einem aktuellen Interview getroffen hat. Wir haben dabei das Wichtigste für euch kurz und knapp zusammengefasst. Unter anderem kritisiert er das Vorgehen der Regierung im Russland-Ukraine-Konflikt. Des Weiteren geht er auch auf die neue Weltordnung sowie die Beziehung zu den USA ein. Wenn ihr erfahren wollt, welche Aussagen Oskar Lafontaine im Detail traf und welche Befürchtungen er hat, dann bleibt dran. Wenige Tage nach Beginn des Ukraine-Kriegs gab Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Ansprache bekannt, dass wir vor einer Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents stünden. Die Konflikte zwischen Russland und der Ukraine bedrohe unsere gesamte Nachkriegsordnung, so Olaf Scholz. In den Monaten danach hatte sich der Begriff Zeitenwende durchgesetzt. So erklärte beispielsweise der Historiker Andreas Röder, der aktuell Gastprofessor an der Johns Hopkins University in Washington ist, dass das deutsche Wort sogar in der politischen Debatte in den USA regelmäßig zitiert wird. Im Detail sagte er gegenüber der deutschen Presseagentur folgendes. Zitat. Die großen Epochenbrüche sehen aus der Nahperspektive immer unspektakulärer aus als aus der Distanz. Ich bin mir sicher, dass wir erst mit dem gebührenden zeitlichen Abstand in vollem Umfang erkennen werden, dass 2022 unsere Sicht der Welt einschneidend verändert hat. Zitat Ende. Wir verlinken euch den kompletten Artikel in der Videobeschreibung. Und tatsächlich hat sich in diesem Jahr vieles in einem Ausmaß geändert, was vorher nur wenige für möglich gehalten haben. So war dieses Jahr unter anderem geprägt von den Geschehnissen des Ukraine-Kriegs, einer neuen Wirtschafts- und Energiepolitik, der Sorge um die zukünftige Energieversorgung, möglichen Blackouts oder gar einem Atomkrieg, massiv steigenden Preisen, sowie der Änderung internationaler Verhältnisse. Der ehemalige linken Politiker Oskar Lafontaine bezieht den Begriff Zeitenwende allerdings nicht wie Bundeskanzler Olaf Scholz auf den Ukraine-Krieg, sondern vielmehr auf die Veränderung der aktuellen Weltordnung. Im Detail erklärte er folgendes. Zitat. Wir haben allerdings eine andere Situation, die man vielleicht so beschreiben kann. Das ist die Tatsache, dass der Anspruch der Vereinigten Staaten über den wir noch reden, die einzige Weltmacht zu sein und die einzige zu bleiben. Dass dieser Anspruch zumindest jetzt von Russland aber mehr noch von China in Frage gestellt wird, und dass auch Afrika und Südamerika so ohne weiteres nicht mehr bereit sind den USA zu folgen, was früher der Fall war. Und insofern haben wir eine neue Weltordnung, die sich formt. Und das wäre ja auch die Aufgabe der deutschen Politik, darüber nachzudenken wie positionieren wir uns in dieser neuen Weltordnung, und was ist die Aufgabe Europas? Also weil ich deutsche Politik nicht losgelöst von Europa denke. Und meine Antwort ist ganz einfach, wir dürfen uns nicht in die Rivalität dieser Atommächte, USA, China, Russland hineinziehen lassen. Wir müssen eine vermittelnde Position einnehmen und unsere Verteidigung selbst organisieren. Zitat Ende. Eine Zeitenwende sieht Lafontaine auch in der Gesellschaft, denn auch da hat sich in den vergangenen Monaten mehr und mehr eine Veränderung vollzogen. Denn eine offene Debatte über bestimmte und heikle Themen ist nicht mehr erwünscht. Immer öfter werden Experten, Ökonomen oder auch Personen im Alltag regelrecht angeprangert, weil ihre Ansichten von der öffentlichen allgemeinen Meinung oder auch von den Medien als unzulässig angesehen werden. Der ehemalige linken Politiker brachte es wie folgt auf den Punkt. Zitat In einer normalen Gesellschaft würde man sagen, der muss gerade mit dem reden, muss seine Argumente dagegen setzen, sich anhören was der andere zu sagen hat. Nein, diese Cancel Culture ist für mich eine enorme Fehlentwicklung und ist eben ein totalitäres Denken. Man muss einfach sagen, nein ich spiele das Spiel nicht mit, ich trage jetzt meine Meinung vor, und ich diskutiere auch mit Leuten die geächtet sind in der Gesellschaft. Ich halte es einfach alles für unmöglich was da passiert. Eine Gesellschaft die zu schwach ist um die Meinung anderer auszuhalten, die ist ja keine demokratische Gesellschaft mehr. Zitat Ende. Mit Blick auf die aktuelle Krise und die sich vollziehende Zeitenwende, sieht Oskar Lafontaine vor allem Deutschland als großen Verlierer. Die vergleichsweise billige Energie der vergangenen Jahre ermöglichte überhaupt erst, dass Deutschland sich als Industriestandort behaupten konnte. Doch mit den neuen hohen Energiepreisen droht jetzt hierzulande die Deindustrialisierung. Auch im Bezug auf die weitere Entwicklung plädiert der ehemalige linken Chef erneut dafür, dass sich Deutschland ein Stück von den USA lösen müsse. Zumindest wird die USA laut Lafontaine alles unternehmen, um das Aufkommen einer anderen Weltmacht zu verhindern und seine Stellung weiter zu behaupten. Deutschland hingegen steht zwischen den Stühlen, auf der einen Seite steht Russland als wichtiger Energiepartner und auf der anderen Seite steht Amerika, an deren Politik sich Deutschland orientiert und anpasst. In diesem Zusammenhang spricht sich Oskar Lafontaine vor allem für Willy Brandts Entspannungspolitik aus. Denn Willy Brandt warb für Wandel durch Annäherung und machte bei Amtsantritt die Verständigung mit dem Osten zu einem seiner wichtigsten politischen Ziele. Das deutsche Volk braucht den Frieden im vollen Sinne dieses Wortes auch mit den Völkern der Sowjetunion und allen Völkern des europäischen Ostens. Zu einem ehrlichen Versuch der Verständigung sind wir bereit, damit die Folgen des Unheils überwunden werden können, das eine verbrecherische Clique über Europa gebracht hat. Das sagte Willy Brandt damals in seiner Regierungserklärung am 28. Oktober 1969. Viele beurteilen diese Art der Politik als überaus erfolgreich, zumindest gab es zu dieser Zeit keine Kriege. Das Ende dieser Art der Politik brachte laut Lafontaine genau das, was der berühmte US-Diplomat George Kennan vorausgesagt hatte. Er sagte, wenn man die NATO an die russische Grenze schiebt, wo alle russischen Präsidenten gesagt haben wir sind dagegen, dann wird es Militarismus und Nationalismus geben. Und genau dem stimmt Lafontaine zu. Mit Blick auf die Sanktionen gegen Russland spricht sich Oskar Lafontaine für ein Ende der Sanktionen aus. Der Grund dafür ist, dass sich diese Politik vor allem gegen deutsche Bürger richtet. Er erklärte im Detail dazu folgendes. Zitat. Ja in jedem Fall müssen wir die Sanktionen beenden, weil die russische Kasse die füllt sich ja mehr und mehr, weil einfach Marktmechanismen wirken und die Preise nach oben gehen. Die sind ja einfach nur idiotisch, wenn man also einmal das Ziel vor Augen hat, dass man Russland schwächen will. Aber für mich sehr viel wichtiger, die Situation der eigenen Leute hier. Wenn ich die Stromrechnung sehe, wenn ich meine Ölrechnung sehe, da kann ich sagen ich ärgere mich, oder was weiß ich. Aber dann denke ich eben an die, die jeden Euro umdrehen müssen, die sind doch in einer verzweifelten Lage. Und da beginnt dann auch mein Zorn oder meine Wut, dass wir da Politiker haben, die das offensichtlich nicht begreifen und das Naheliegende nicht tun. Und deshalb ist ja auch das Urteil, wir haben die dümmste Regierung in Europa nicht falsch. Weil die Franzosen besorgen sich eben russisches Gas, die Spanier besorgen sich das, die Belgier besorgen sich das, die Ungarn sowieso. Also man kann sie alle durchgehen. Keine Regierung ist so blöd muss man schon sagen wie die deutsche Regierung, angeführt natürlich von der Partei der Grünen, die eben sagen, nein wir wollen Putin besiegen. Was wir erreichen ist, dass wir viele Leute bei uns ins Unglück stürzen und dass wir eben mit der Deindustrialisierung der Bundesrepublik begonnen haben. Zitat Ende. Und was denkt ihr? Liegt Oskar Lafontaine Gold richtig mit seinen Aussagen, oder ist das alles absoluter Unsinn? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, so dass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Euer Team von Finance Experience.